Auch so, da sind wir wieder. Dr. Fempel und der Onkel Markus, Gude. Und weil es heute so schön warm hier ist und wir heute was über das T-Shirt erzählen wollen. Endlich haben wir es gepackt gemacht. Das stimmt, wir haben lange nichts mehr gedreht. Außer vielleicht mit den Maschinen, aber das war ja vor Tage schon. Ach, das haben wir letzte Woche abgespeist. Aber jetzt sind wir wieder hier und es ist ein bisschen kalt und wir wollen hier über das T-Shirt erzählen. Wie ihr denkt, der Ländler hat ja schon zugenommen Corona, aber so fett bin ich auch nicht geworden. Ich habe noch ein Sweatshirt drunter. Er ist nicht im 0,1 Tonnen Club. So viel kann ich sagen. Aber ich war fast dran. Und wo das T-Shirt herkommt, hatten wir ja schon mal angekündigt. Harte Katze der Schwanz. Es kommt ja in fast jedem Kerbischburg in der Gegend vor. Und ich habe extra drunter geschrieben, International Kerbischhirt. Nicht, dass noch irgendwelche Tierschützer kommen und sagen, die tun nicht die Leute und fördern die Katze und das Schwanz abzuhören. Ah ja, das ist ja Quatsch. Jetzt habe ich zunächst geschrieben, dann kann man ja was sagen. Aber wo kennt es her? Das ist fast in jedem Lied drin. Ich war jetzt auch auf der Dasbacher Kerb. Ah nee, da war Bluntz drin. Aber es ist in vielen Liedern, ist irgendwie der Bluntz drin, haben wir ein hart T-Shirt gemacht, wo der das harte Katze und Schwanz abzuhören ist auch sehr, sehr verbreitet. Richtig. Dann guckt doch mal wie romantisch unser Everywhere-Einsfach-Maschinen. Ja natürlich, läuft super. Die läuft ja. Wie ein Aufkleber für 2 Euro. Da werden wir Millionäre, ich sag's euch. Aber wo kommt es her? Jeder hat es schon mal besogen. Ich habe es dir schon mal erzählt. Also ich habe eine Vermutung und das haben die älteren Leute früher gesagt. Meine Mutter hat das auch losgelassen damals. Und zwar gerade in den alten Dörfern, wo die Häuser sehr nah beieinander standen und auch die Scheuern beieinander waren. Und wenn da mal was gebrannt hat, dann hatte man wohl Angst, dass die Katze... Oh, eben wenn es Hochdeutsche wird. Ich versuch's mal, dass da jemand anderes das versteht. Ja, aber wirklich so, dass die hatten wohl früher Angst, dass die Katze mit ihrem brennenden Schwanz wegläuft vor sich selber vor ihrem brennenden Schwanz und dann in die nächste Scheuerei rennt und dann das auch noch in Brand steckt. Und deshalb, daher kommt es anscheinend, ob es auch wirklich so ist, kann ja mal jemand sagen, ob er das auch so kennt. Ich habe es auch schon mal gehört. 100 Prozent. Aber halt auch von dir. Ja, also das ist das Einste, wo er ist einleuchtend und ich weiß selber, dass bei uns in der Nachbarschaft damals auch mal gebrannt hat. Und das Erste, was meine Mutter gesagt hat, mach's Scheude dazu. Nicht, dass da die Katze mit dem brennenden Schwanz herrennt, dann haben wir hier Angstfeuer. Also das ist für mich sehr einleuchtend, ob es wirklich so war. Ich meine Katze gibt's schon seit hunderte von Jahren, die Katze. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es daher wird. Ja, das war jetzt die ernste Erklärung, aber mir wollte ja eine Rubrik machen. Was haben wir ja gesagt? Dr. Bambel, Onkel Markus, den genug. Ja. Dann müssen wir auch so ein bisschen, den genug. Ja, weil, ich habe ja am Anfang gedacht, warum haare die Katze den Schwanz ab und warum nicht so kurz? Ja. Weil, das ist ja, das kann beim Karre gehen. Also, da wissen Sie ja alle, wie die Lieder zustande gekommen sind. Aber, scheinbar, ich habe gerade eine Studie gemacht, die Karre, die sind ja eigentlich immer heiß. Ja. Und vor allem die Katze weh, die ja mit dem Schwanz. Also, ich nicht. Aber, scheinbar, mache die Karre doch Ausnahme. Du weißt das? Ja, weil ich glaube, die Katze mit zu kurzem Schwanz, da stehen die doch nicht. Ja, sag ja, weil die nicht so wehlen können. Und daher kämmts. Ja. Also, ich sag's euch, macht's nicht. Aber, wenn er immer der Katze den Schwanz ab und warum, dann nicht zu kurz. Weil, dann ist der Karre, der steht ja nicht mehr drüber. Dann haben die Probleme. Da gibt's kein Junges hier. Weil die wollen ja auch die Bärsperren. Ist ja so. Ja, ja. Wie im Haare leben. Ja. Und wenn wir da dabei sind, ich habe mir ja nochmal Gedanken gemacht. Wir müssen ja noch ein paar mehr, die da mal auseinandernehmen. Weil mir sagt, da steht, ist auch oft so drin, wo kämmt alles her. Ja. In Isis gibt's ja auch ein Lied. Wer sehst du, Isis auf der Brick. Mit der Batschkappe im Knick. Und der englische Profi mit der Hose. Kämt der Kall zum Schorsch. Komm mal her, mein Bosch. Ich glaube doch, ich muss da mal a bloße. Ach so. A. A. Ja, nicht einer. Genau. Der Steigerklaus hat nämlich letztens gerade auch gesagt. Puh. Ist das nicht einer bloße? Das wäre ja, da wären wir ja schwul gewesen. Ja, das glaube ich ja weniger, oder? Ich glaube nicht. Kann aber auch sein. Warste doch nie. Aber jetzt geht's weiter. Ja. Da heißt, was noch her, ein ganz normaler Satz ist. Und haben wir mal nix drauf. Für ein dorstiges Suf. Dann gehen wir in der Haft, trage Kohle. Haben wir zehn Stunden geschafft. Haben wir Ormack im Sack. Wir sind das Isis der Sackbrecher. Ja, wo habt ihr hier in Iggstadt einen Haft? Und das ist das was. Ich hab mal gehört, in Wallau hätte es mal einen Haft geben, aber das ist eine Geschichte. Ja, aber jetzt sag doch mal. Gibt's die Wickerbach und die Weschbach. Ja. Und es gibt doch keinen Haft. Und das Lied ist schon so alt. Wo sind die Kerle dann da hin? Vielleicht in den Liebeshafen. Echt? Aber das machst du ja dann auch nicht mit dem Kohlechef oder so? Ja, aber wo sind die hin? Vielleicht nach Bärl, nach Schirrstein, der Haft. Aber das geht hier auch nicht. Wir hatten ja keine E-Bikes, schweige denn, Autos. Die sind doch als geladen früher. Die haben ja doch nicht einen armen Dach. Oder mit dem Fahrradchen. Da müsst ihr euch mal Gedanken drüber machen. Und dann dieser soziale Aspekt, wo sich ja gar keiner drüber Gedanken macht. Die armen Kerlen haben zehn Stunden geschafft und zu heutigen Zeit nur 50 Cent gekriegt. Zehn Stunden geschafft. Nee, aber Ormack im Sack. Da hat schon noch niemanden Gedanken gemacht über die armen Kerle, wie die da ausgenutzt wurden. Also wenn du das jetzt so sagen durst, dann funktioniert ja die Theorie, wo ich jetzt halt nicht. Weißt du, weil man hätte ja sagen können, die sind in den Liebeshafen. Haben die Kohle vor dem Geschäft? Und man, da waren wir vielleicht zuhälter, ja. Da hab ich aber hart mit dran gedacht. Aber wenn du sagst, die haben nur 50 Pfennig oder 50 Cent gekriegt. Aber wie gesagt. Dann muss das Geschäft entweder in total beschissen gelaufen sein. Ja, aber wenn man erlebt, wenn es normal wäre und die sind nicht in den Haaren, vielleicht waren die auch arbeitslos. Und dann haben die Fragen oder haben wir erzählt. Ja, und wie hätten sie dann die Brut halt durchbringen sollen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt. Ihr könnt uns einmal was zuschicken. Es gibt ein paar Lieder und ein paar Sachen. Alle Lieder. Ihr singt die alle. Aber der Korner möchte sich gedanken wo sehr gern. Und wie gesagt. Wenn ihr den Katzen oder den Schwanz abhackt, dann nicht so kurz. Was will ich sonst noch mal, oder? Ja. Und wie gesagt. Wer in Eckstadt den Haar verfindet, wo die immer hin sind. Und wir wollen ja hoffen, dass der Karl den Schorsch einbläst. Gibt es noch einiges. Ja, da gibt es noch einiges. Und dann macht ihr euch alle kein Gedanken. Ihr singt das einfach nur. Also es wird völlig klingt gesungen. So ist einfach richtig. Singen, Appleboy saufen. Trinken. Wir trinken, Appleboy. Trinken. Heise Appleboy. Wir fuhren. Fertig mit unserer Neue. Das Ding geht von Mal zu Mal schneller. Hab ich das Gefühl. Macht's gut. Macht's gut. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschö.